Der Wörthersee ist ein gutes Beispiel dafür, dass man Naherholung in der Stadt mit Natur in der Stadt verbinden kann. Ein idealer Ort, um auch Umweltbildung zu machen. Die Stadt Nürnberg verlegt ihre Energie- und Umweltstation hier an den Brennpunkt der Naherholung an den Wörthersee. Und es ist, glaube ich, auch ein idealer Ort, um vor allem jungen Menschen zu zeigen, wie wichtig es ist, sich um das Thema Umwelt zu kümmern und sich zu informieren, was denn jeder dazu beitragen kann, dass auf Dauer unser Land so schön bleibt, wie wir es jetzt gewohnt sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017